Wir sind jetzt am Ende angelangt, aber für Sie kann das auch ein Anfang sein. Ein Anfang einer langfristigen Auseinandersetzung mit dem Thema digitale Transformation und wie beeinflusst sie unseren Alltag. In den Lektionen, die wir Ihnen dann angeboten haben, haben Sie eine Reihe verschiedener Perspektiven zur digitalen Transformation kennengelernt. Was Sie gesehen haben ist, diese Perspektiven können widersprüchlich sein, sie können sich überlappen und konkurrent sein und das Wichtige für Sie ist, dass Sie sich eine konstruktive und gleichzeitig kritische Sicht auf das Thema behalten. Dass Sie achtsam sind, wo Sie vielleicht ohne dass Sie es wollen mit transformiert werden und dass Sie aber gleichzeitig nicht einen positiven Blick auf die positiven Potenziale die Technologie uns bieten kann verlieren. Ich würde mich freuen, wenn Sie aus dieser Auseinandersetzung als selbstbestimmt und souverän handelnde Individuen hervorgehen. Lieben Dank!